Roommates dieses Landes. Ich bin's Paul und ich habe mich wieder ausgewechselt. Also ich bin noch auf dem Spielfeld, aber gleich gehe ich raus. Und eingewechselt habe ich Micky Beisenherz. Micky Beisenherz ist ich glaube, wer kennt den nicht? Ein Tausendsasser und ich mag ihn sehr als Autor wie auch als Sprecher vor allem. Ich höre seinen Podcast sehr, sehr gerne. Absolute Empfehlung. Und ich persönlich finde, ich habe zwei, drei wunderbare Abende mit ihm verbracht. Wir haben ganz in der gleichen Straße gewohnt in Hamburg. Waren quasi Nachbarn. Und haben wir einmal mit Tony Hawk. Ach, das erzähle ich mir mal anders. Aber ich glaube, es entsteht garantiert ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil Micky auch nicht, der hält normalerweise nicht zurück, auch mal eine kleine Spitze zu landen und so ein bisschen Joko aus der Reserve zu locken, da freue ich mich drauf. Ich lehne mich zurück, komme zurück für die Werbung und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem hoffentlich wunderbaren Gespräch. Ich weiß ja noch nicht, wie es wird. Ich höre es mir jetzt gleich an. Alle Wege für nach Ruhm wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und wir haben übrigens eine goldene Hände gewonnen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Jetzt bin ich natürlich sehr neugierig, wie immer, und habe keine Ahnung und neige dazu, am Anfang zu viel zu labern, weil ich einfach die unangenehme Zeit überbrücken möchte, bis der Moment da ist, dass ich die Stimme höre und hoffentlich sehr schnell zusammen geschlüsselt bekomme, wer da ist. Meine Herren, da brauchen wir uns jetzt immer so aufregend. Wer ist denn da? Hallo? Ja, ich habe mich schon geärgert. Ich habe gedacht, dieses ganze Gesammel da vorweg. Mein Gott, wir haben noch keine Zeit. Dieses ganze Gesülze da. Da bin ich aber erleichtert, Micky. Ja, wieso? Hast du mit einem richtigen Prominenten gerechnet? Du hast gedacht, ich weiß nicht, wie du mit dem umgehen sollst. Und jetzt weißt du halt, jetzt ist hier so eine vertraute Stimme. It's payback time, Micky Beisenherz. Jetzt bist du bei mir. Wie gut ist das denn? Ja, Wahnsinn, oder? Es ist ja wirklich unglaublich. Es ist ja tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her, dass du zu Gast warst bei Apokalypse. An dieser Stelle übrigens eine herzliche Wiedereinladung. Als ich damals sagte, du mögest bitte wiederkommen, da war das keine Höflichkeitsgeste. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber das war wirklich damals, das war ja insofern auch ein bisschen mutig, als du und ich, aber vor allen Dingen du als Gast, nach drei Hellen noch dir die Zeit genommen hast, in einen News-Podcast zu gehen, um dann leicht angeschickert die Themen der Welt zu... Ich hab schweißnasse Hände, während du davon erzählst. Immer in deiner Ostkonflikt ist dir erspart geblieben. Aber ansonsten... Aber wir hatten aber trotzdem so zwei, drei Themen waren da, wo ich auch noch dachte so, wie surfe ich denn jetzt da rum? Und in meinem Kopf war ich so heieieiei. Ja, aber du hast ja, du hast natürlich grundsätzlich das Talent an Stellen, wo es dann im Zweifel vielleicht mal an Fachwissen mangelt, was uns allen ja so geht, mit einem hohen Maß an Likeability da so drum rum zu stehen. Das ist quasi so, wenn du so um so zwei, drei Felsen, wo andere dann darauf zerschellen könnten, da hast du doch noch mal so ein paar Extraknoten, die du dann so in das Boot reinhauen kannst. Und das geht dann ganz gut, ja. Nee, das empfinde ich tatsächlich krass anders. Ich habe dann immer das Gefühl so, oh Winterscheid, warum machst du das? Warum begibst du dich in die Situation, wo du weißt, es könnte eine Situation entstehen, wo du dich um Kopf und Kragen reden könntest? Liebe Grüße ans Olympiastadion-Event. Wie viel Geld hast du eigentlich, wie viel Geld haben deine Anwälte, oder wie viel hast du investiert, dass die Anwälte bei, wer ist das eigentlich, Join war es, ne, bei Join, da auf der Matte standen und gesagt haben, ihr schneidet alles raus, alles am Bildmaterial, wo Joko zu sehen ist, das ist ja in dieser Doku oft kein, ach hör auf! Nee, 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 gar nicht. Das ist tatsächlich, also ich war auch sehr überrascht, ich glaube, es war ein Chatverlauf von mir war in der Doku. Selbst mein Name ist gefallen, allerdings hieß es nur, wir haben den auch gefragt. So, es hieß nicht, der hat gesagt, ich mach das. Nee, das war aber auch, da muss man jetzt aber auch aufpassen, das ist wieder so ein Moment, wo man aufpassen muss, wie, weil ich bin ja auch jemand, der grundlegend, es gibt ja so Menschen, denen ist Stress scheißegal, ich hätte jetzt, ich könnte jetzt tausend Sachen erzählen, aber ich wüsste, das würde so viel Stress nach sich ziehen, wo ich mir dann denke, ach, halte ich lieber die Schnauze, was soll ich den Leuten das erzählen? Aber wie schön, Micky, das ist vor allem das Lustige, ich habe eben noch mit meiner besseren Hälfte telefoniert, mit Linda, du kennst sie auch, meine Agentin, die Frau an meiner Seite, die all das beruflich in meinem Leben überhaupt erst möglich macht, was ich so mache, weil die, glaube ich, all meinen Chaotentum als erste Person in meinem Leben so eine Kontrolle bekommen hat, dass mein Alltag eine Struktur bekommen hat. und sie meinte, weil ich bin wirklich vor fünf Minuten aus einem Call gekommen und sie rief mich dann an, er meinte, so Linda, ich muss jetzt sofort in den Podcast und ich bin jetzt nicht in der Ruhe, Verfassung, die ich eigentlich gerne dafür hätte, weil ich noch so total aufgewühlt bin, dann meinte sie, ach, du wirst dich freuen, dein weiblicher Gast freut sich auf jeden Fall riesig auf dich und deswegen habe ich so ganz fest mit einer Frau gerechnet und ich liebe Linda dafür und weil ich natürlich gerade so im Kopf gerattert habe, okay, wer könnte denn noch so aus meinem Dunstkreis jetzt, Toni Garn, Lena Gerke, wer ist denn da noch so, Annalena Baerbock, wer könnte denn da kommen und dann kommst du und man ist so richtig, ach, Micky, mit dir habe ich einfach null gerechnet, wirklich nicht. Annalena Baerbock, prallst du noch mit der, geht das noch? Jetzt wurde die so böse da so, kann man damit noch prallen, geht das noch? Darf man das nicht mehr? Das ist mir egal, ich gebe auch mit Klaas an. Ja, sehr gut. Ja, ich weiß ja nicht, das ändert sich ja, das wechselt ja täglich, also gerade so was so. Wir haben so lange nicht gesprochen. Ja, Die Art, wie du springst, ist die beste, ich liebe es. Ja, das ist so, ich finde das bedauerlich, ich habe dich so lange nicht gesehen und ich denke wirklich mit den wärmsten Gefühlen an dieses herrliche Wochenende, was wir vor einem Jahr hatten, als wir dann auch noch diesen, dieses Wunder, diesen wunderbaren Abend auf der Almhütte beschlossen mit einer Wanderung ins Tal, das war wirklich toll. Der Abstieg am nächsten Tag, der war die Hölle. Da bin ich heute noch stolz auf mich, dass ich den überlebt habe, weil ich weiß noch, der Abend auf der Hütte, der, ich meine, das muss man auch sagen, der hat ja wunderschön begonnen, da kann man vielleicht sogar noch in deine und meine Insta-Feeds zurückschauen, letztes Jahr, Anfang Juni, waren wir da und dann sieht man die Bilder dazu auch nochmal und der Abend da auf dieser Hütte war wirklich unbeschreiblich schön, weil man da oben so weit weg von wirklich, da war keine Elektrizität, da gab es nur Licht aus irgendwelchen Ölleuchten und man hatte aber genug zu trinken mitgenommen und da haben die da noch die Musi hot noch gespült. Ja, aber wie? Ich war ja an dem Abend, ich fing ja an, mich in Akkordeonmusik zu verlieben. Da hatte ja auch der eine Spezel, es waren ja so zwei, die waren auch glaube ich beide auf der Musikhochschule oder so, die waren richtig auf der Akademie der Hohen Künste und die haben dann auf so einem, auf so einer Stradivari der Akkordeons, Akkordeonses gespielt und das war irgendwie so ein Ding für 18.000 Euro oder so ein super teures Teil und das hatte so einen geilen Bass irgendwie, das war wirklich beeindruckend. Ja, das hat was mit einem gemacht, da gingen die Vibrationen in den Körper über und wir konnten uns nicht halten und haben wild getanzt und geschungen und mitgesungen, das fand ich auch super, wenn man dann immer so so bruchhaft Stück oder bruchstückhaft so rum, bruchstückhaft Texte konnte und dann aber so diesen einen Moment so kurz mitgemacht hat, weil man dachte so, da gehören wir viel mehr dazu, wenn wir das machen und dann dieser, wo ihr hättet mich ja da oben einfach liegen lassen auf der Hütte, Jakob und du, oh jetzt habe ich den Namen gesagt, aber Jakob war mit dabei, ist glaube ich auch kein Geheimnis, Jakob und du seid ja schon aufgebrochen, während ich dann noch so dachte, warte mal, höre ich da gerade Schwur draußen, gehen die jetzt etwa einfach ohne mich und dann so wie ich mich da ins Bett gelegt habe, auch wieder aufgestanden bin und dann mit euch diesen Abstieg gewagt habe, der glaube ich in normalen Zuständen meinerseits, also ich sage mal sowohl geistig als auch so vom Niveau des Wohlbefindens, den der Restalkohol in mir hat aufkommen lassen, ich wäre nie in der Lage gewesen, diesen Weg glaube ich nüchtern runter zu gehen, weil da ja schon links und rechts teilweise, ich sage mal, ein falscher Tritt, adios Mallorca, und da war ich am Ende, als wir, ich war auch die ganzen Weg runter, das waren ja bestimmt zweieinhalb Stunden oder so, die wir da abgestiegen sind, den ganzen Weg runter, ging es mir gut und mit dem im Hotel ankommen, hatte ich die härtesten Kopfschmerzen, weil ich weiß noch, ihr habt euch noch schon auf die grüne Wiese gelegt und habt es da genossen und ich habe wirklich erstmal in meinem Kater gefrönt. Das ist ja so ein Klassiker, dass der Körper, solange wie er noch funktionieren muss, reißt der Körper sich zusammen und er spart einem vielleicht diesen Schmerz und lässt sich auch nicht gehen und ist die Aufgabe erst erfüllt, kann man sich da auch ganz so den Malessen hingeben. Das kennt man ja auch so ein bisschen daher, dass man, wenn man nach längeren Phasen intensiven Arbeitens dann Urlaub hat, dass man im Urlaub plötzlich krank wird. Weil der Körper dann sagt, jetzt kann ich mir das erlauben, bis dahin muss ich einfach noch durchziehen und funktionieren und jetzt, wo keine Aufgabe mehr auf mich wartet, jetzt kann ich erstmal ganz in Ruhe krank werden. Und da war es wahrscheinlich auch so. Stimmt, du lagst ein bisschen da nieder, ich erinnere mich. Da haben wir aber auch noch tolle Ideen gehabt, wo Jakob und ich versucht haben, dich abends zu überzeugen von einem Showkonzept, dass wir drei um die Welt reisen und die kulinarischen Feinheiten der Welt, entdeckten. Wobei Jakob Lund sich bis zum heutigen Tage von dieser Idee immer noch nicht ganz gelöst hat. Nee, aber ich fand es so gut, weil du hast immer so, du warst gar nicht, kritisch ist das falsche Wort, und du warst immer so, seid ihr euch sicher, dass das jemand sehen möchte oder habt ihr einfach nur die romantische Vorstellung von, ihr macht das, worauf ihr privat wahnsinnig Bock hättet und ihr glaubt, einen Dummen zu finden, der das für euch produziert, dass ihr es nicht selber bezahlen musst. Das fand ich immer sehr, weil bis heute ist es nicht passiert, sehr, sehr richtig, dass du es einfach nochmal so zusammengefasst hast. Ja, nun, aber ich meine, jetzt sind wir ja generell in der relativ glücklichen Lage, bis zu einem gewissen Grad das zu tun, was uns Freude macht. Ja, das stimmt. Entschuldigung, Yoko, dass ich dich hier kurz unterbrechen muss, aber ich habe was Neues von SkyQ. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Klar. Also die Vielfalt und Free-TV, alles mit den Lieblings-App kombiniert an einem einzigen Ort, dass du quasi Netflix, The Zone, Prime Video und Disney Plus, hast du alles in SkyQ. Gar nicht. Und die Neuigkeit, die es gerade gibt, für 20 Euro kann man pro Monat eben Sky-Serien und Netflix-Empfehlungen von Sky-Serien und wie gesagt, Netflix-Content. Heißt das auch Netflix-Filme? Sowas wie von meinem Freund Matthias Schweikhofer, der Film Army of the Dead, kann ich den da sehen? Genau, das kann man. Oder auch Lupin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Teil 2 kommt jetzt raus. Und The Kominsky Method oder Woman in the Window. Also gibt tatsächlich ja sehr, 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 sehr guten Content, gerade auf Netflix, aber eben auch auf Sky. Mayans MC, weißt du das? Nee. Hast du das gesehen? Nee. May of Easttown? Nee. Sind so siebenteilige, das von HBO hier. Aber klinkt nach, muss ich mir angucken. Ja, ist mega, mega geil. Das alles gibt es auf SkyQ. Auf sky.de kannst du nachlesen, wo die Informationen sind oder ich packe es dir hier unten in die Shownotes. Alles einfach auf Sky und jetzt geht es weiter mit deinem Gast. Vielen Dank. So, und an dieser Stelle möchte ich dann schon mal direkter anknüpfen. Mit was für einem Gefühl gehst du in den Sommerurlaub, sofern du ihn hast? Ich gehe davon aus, dass du ihn hast. Wissend, dass eine Fortsetzung eines großen Fernsehhits im Herbst auf dich wartet. Mit einem sehr guten. Also ich bin, gehe ich recht in der Annahme, dass du von dem Fernsehhit Wer steht in die Show? Ja. Das Verrückte ist ja, geht los, während ich im Urlaub bin. Ach so, guck mal. Ja, ja, das ist nämlich total bizarr, weil wir waren ja jetzt gerade im Studio. Weil dir jemand die Show gestohlen hat und du dann gar nicht dabei sein musst. Oder weshalb? Wie soll ich das jetzt? Ich sehe gerade deinen Blick und die Fragezeichen von mir so, was redet er für wirres Zeug? Ein bisschen schon. Nee, wir waren jetzt gerade im Studio und wir strahlen ab 13. Juli schon aus. Also ich bin quasi im Urlaub, während wir ausstrahlen. Ach so. Und das muss ich ehrlich sagen, zerreißt mich viel, viel mehr, weil ich nicht sicherstellen kann, das ist mir gestern erst bewusst geworden, weil ich kann im Urlaub, sonst bin ich immer ein großer Freund davon gewesen, mir, ich weiß nicht, guckst du viel von deinen eigenen Sachen? Guckst du dir das an, was du gemacht hast? Teils, teils. Also nur dann, wenn ich, also so in Anführungsstrichen zur Qualitätssicherung, ja? Ja. Wenn man selber ein ungutes Gefühl hatte. Ja. Oder generell. Und kritisch. So auch mal stichprobenartig. Stichprobenartig, um zu gucken, ob es so gewisse Manierismen gibt oder so bestimmte Floskeln oder so, die man andauernd wieder hat. Beim Podcast achte ich auch mal ein bisschen drauf. Aber jetzt nicht, also was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es machst, so so eine Art Public Viewing. Leute, kommt mal alle vorbei und guckt euch meine Sendung an. Sag es ruhig einfach, dass es so ist. Joko, sag einfach, dass es so ist. Wir kriegen es ja doch aus. Ich habe mir ein Tageslichtbeamer geholt für den Fall, dass ich mal nachmittags hier einfach auffahren will und sage, Leute, wisst ihr eigentlich, was ich beruflich mache? Und habe so eine aufblasbare Leinwand für einen Garten, wo ich dann aber noch dieses riesige Bläse für aufbauen muss, damit sie dann da steht. Und dann sollen das ruhig alle wissen. Denn in München gibt es gerade die Aktion im Radio, dass du so eine LED-Leinwand mit einem Kran bei dir vor dem... Ja, habe ich heute bei NTV gesehen. Ja, toll. Ach wirklich? Ja. Ja. Ja, da dachte ich mir auch so, wäre das nicht was Witziges, was man machen sollte? Aber war mir nicht sicher, ob meine Nachbarn das auch so witzig finden, wenn ich dafür sorge, dass diese Leinwand hier in die Straße... Also nicht, dass ich dafür sorgen könnte, das klingt immer so, man neigt ja auch zum Größenwahn in diesem Berufswelt, in dem wir unterwegs sind. Aber die Vorstellung, sich mal so einen Kran zu gönnen, wo so eine LED-Leinwand dran hängt, die dann so von der einen Straßenseite über den Nachbarsgarten in den eigenen Garten gehangen wird. Und dann sitzt man da abends und würde mit Freunden Fußball gucken. Da wiederum würde ich aus geselligen Gründen einfach des Gefühls wegen und des Wahnsinns, was alles dazugehört, eine diebische Freude bei empfinden. Aber ich würde eher vor Scham im Boden versinken, wenn ich mir bei so Sendungen, wo ich selber sie gerne gucken wollen würde, um genau wie du gerade sagst, vielleicht auch so das eine oder andere zu finden, was ich nicht so gut gemacht habe. Da wäre ich ganz schlecht, wenn ich das mit Freunden schaue. Und dann wäre ich auch ganz schlecht, wenn sich Leute unterhalten wollen, weil ich dann wirklich die Sendungen sehen will und verstehen will, habe ich das gut gemacht, habe ich das schlecht gemacht, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, ah, da sollte ich dann festhalten, ah, nee, das sollte ich abstellen. Und wenn dann Unterhaltungen entstehen, kann ich ganz schnell so ein Typ werden, der dann sagt, halt die Schnauze, da bin ich. Sag mal leise, du kannst jeden Abend mit deiner Frau reden, jetzt sitzen wir hier bei mir zu Hause und hier wird besprochen, was ich möchte, ruhig. Jetzt ist Me-Time, jetzt ist Me-Time. Genau. Nee, aber da habe ich aber tatsächlich so gerade das Gefühl von, also zu realisieren, dass deine eigene Sendung losgeht und du dich im Urlaub befindest, ist ein Zustand, den kenne ich noch gar nicht. Der ist in zwölf Jahren Joko und Klaas das erste Mal so und da bin ich sehr gespannt, wie das für mich wird, weil, ich weiß nicht, ob du jemand bist, der dann wiederum die Quote braucht am nächsten Morgen. Ich brauche sie ja eigentlich nicht, aber wenn sie scheiße ist, fühle ich mich extrem beschissen und wenn sie gut ist, fühle ich mich extrem gut und dementsprechend habe ich ein bisschen Angst davor, dass wenn das nicht so läuft, dass das auch vielleicht ein komischer Urlaub werden könnte. Ja, ich arbeite ja nur bei so Nischenkanälen, weißt du, da weiß ich ja grundsätzlich schon, dass die Quote schlecht ist. Das hilft schon mal sehr. Ach, Miki. Nein, die Quote, die Quote, also ich finde das tatsächlich gar nicht so, gar nicht so wirklich wichtig. Das bedeutet ja im Zweifel, aber ja, ob man mit dem, was man gerne macht, weitermachen darf oder nicht. So, deshalb ist es in erster Linie wichtig. Also ich mache, die Quote ist für mich nicht immer gleich bedeutend mit mögen die Leute mich oder mögen sie mich nicht, weil es gibt ja ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen. So, also das ist ja zum Beispiel ja auch bei der Moderation einer Freitagabend-Talkshow so, wenn die Quote super ist, dann führe ich das ja nicht zwingend auf mich zurück und sage, das war ja total geil, sondern das hat natürlich ganz viel da vor allen Dingen mit den Gästen zu tun. Also da gucken die Leute einfach beim Durchseppen und sagen, interessieren die mich oder interessieren die mich nicht. So, ob ich da jetzt sitze oder nicht, ist jetzt vielleicht nicht komplett egal, aber spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Also wenn da jetzt eine Person sitzt, was weiß ich, wenn da jetzt Frau Laschet sitzt und das interessiert die Zuschauer nicht, wird es nicht besser dadurch, wenn ich der gegenüber sitze. So, und Aber glaubst du, ja, also ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das ist eher ein Charakterzug von dir zu sagen, das hat ja nichts mit mir zu tun, aber es hat ja schon ganz viel damit zu tun, wenn du die Fragen stellst, wie du sie stellst, dass es einen Grund gibt, warum man deswegen vielleicht auch einschaltet. Also da kann der Gast sicherlich seinen Teil so beitragen, dass das dann eine größere Auswirkung hat, wenn es ein tagesaktuell spannendes Persönchen ist, was da besprochen wird oder mit dem man sich da unterhält, aber trotzdem glaube ich, dass die Art und Weise und das muss man dir ja wirklich lassen, das klingt jetzt immer so lupudelei-mäßig, wenn man dann über miteinander hier spricht und dann sagt so, du machst das wirklich toll, Miki. Und jetzt fange ich an so Stimmen zu imitieren, was ich nie mache, das mache ich nur, weil du das machst. Soweit kommt schon. Die schon geinfluenced. Wenn ich immer sehe, wie du und Tommy Schmidt euch auf Insta da irgendwie den Ralf Möller herherschicken, dann erwische ich mich immer dabei, wie ich so für mich im stillen Kämmerlein den Ralf Möller auch versuche zu imitieren. Klaas kann den ja auch unglaublich gut und denke mir so, ich würde auch so gerne mal so eine Insta-Story raushauen, wo ich Ralf Möller irritiere. Vielleicht sollte ich eher eine raushauen, wo ich ihn irritiere. Dass du Ralf Möller irritierst, da bin ich mir relativ sicher, das sollte dir ganz schnell gelingen. Da bin ich sehr zufrieden. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist ja, und das finde ich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich glaube, damals habe ich die Welt gar nicht so richtig umrissen, in der ich mich selber bewegt habe. Da habe ich dich angerufen. Da hast du, glaube ich, schon für uns geschrieben bei, war das MTV Home? Kann das sein? Ja, schätzungsweise. Da hast du schon so, also primär für Klaas, nicht für mich, weil ich glaube, One-Liner waren noch nie meine Stärke. Weil ich sie immer verkackt habe, weil ich mir die Reihenfolge der Worte nicht merken konnte und damit alles verschlimmert habe, was du gut aufgeschrieben hattest. Und da habe ich dich damals angerufen, das weiß ich noch, da bin ich durch München gelaufen, da habe ich noch nicht hier gelebt. Und da habe ich dir gesagt so, ey, pass mal auf, Micky, ich könnte dich da beim Bambi unterbringen. Ach, wie lustig. Echt, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, doch. Ich würde dich wirklich verdrängt haben. Nee, aber da habe ich tatsächlich so, so ganz gönnerhaft, weil ich dachte, das könnte ja ein riesen Sprungbrett für dich werden. Ja. Und so null überrissen, für wen du zu dem Zeitpunkt schon alles geschrieben hast, für wen du schon unterwegs warst. Und ich dachte so, ich muss dem Micky mal helfen, der hat ja wirklich ein Talent, das hat er selber noch gar nicht richtig erkannt. Da muss ich mich jetzt mal an seine Seite stellen und den da mal so ein bisschen protegieren, wo ich im Nachgang mir denke, wenn man mal so anguckt, weil das ist was, das habe ich auch in diesen paar Tagen in Österreich, da war ich schier baff, mit was für einem Einsatz du diese ganzen Projekte handelst. Also ich frage mich wirklich, wie du, und ich mache viel, würde ich von mir selber behaupten wollen, aber du schießt den Vogel ab. Ich habe keine Ahnung, wie du es hinbekommst, dein Leben zu organisieren. Ja, das ist, ehrlicherweise frage ich mich das auch mehr und mehr im Laufe der Zeit. Hast du nie so Erscheinungen von, oder antworte erst mal, Entschuldigung, aber mir rat dann schon die Frage ein. Ach du, ich weiß es auch nicht. Also erst mal ist es natürlich, dass man es überhaupt irgendwie hinbekommt, hat natürlich ganz viel mit Leidenschaft einfach zu tun, dass es einfach auch alles Spaß macht. Die Antwort ist aber, ich schramme immer haarscharf an der Katastrophe vorbei. Aber irgendwie mit so einem Tetris-artigen Baukastensystem funktioniert es. Also wenn man dann irgendwie weiß, okay, ich mache jetzt das. So, ich nehme jetzt mit Joko auf, bis was weiß ich, 17 Uhr, dann gehe ich kurz duschen, weil ich war ja kurz vorher noch joggen. Und wenn ich dann um 17.13 Uhr losfahre, dann bin ich um 17.30 Uhr noch in dem Spielwarenladen, damit ich um 17.35 Uhr da wieder rausgehe mit einem Geschenk für das Kind, zu dem ich fahre, um auf diesem Kindergeburtstag meine Tochter abzuholen. So, das muss dann auch alles klappen. Weil um 18.30 Uhr habe ich einen Tisch beim Portugiesen, da will ich mit der Tochter hin, um was zu essen und mit ihr zusammen Portugal gegen Ungarn zu gucken. Oh Gott. Ja. Ich habe mich gerade in dich verliebt. Ja. Aber das ist doch wirklich, aber du machst das mit so einer Leichtigkeit und das finde ich das faszinierend. Also das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst mit, also beruflich Leidenschaft, klar, aber alleine wie du gerade, man kann so einen Tag ja auch so, ja, wir machen jetzt bis 17.00 Uhr das, dann muss ich mich schnell duschen, dann muss ich um 17.30 Uhr los, dann bin ich um 17.30 Uhr in dem Laden, dann 35 haue ich ab, dann habe ich ein Geschenk, dann hole ich meine Tochter ab, dann gehen wir da was essen. Hey, und dann ist irgendwann 19.20 Uhr, da muss ich nochmal kurz gucken, hier wegen Apokalypse Filterkaffee und man weiß, aber du bist halt so einer, nö, dann ist das halt einfach heute so und wir machen das einfach mal. Diese Leichtigkeit hätte ich so gerne. Ich habe mich an mich gewöhnt. Ich habe irgendwann aufgegeben, mich zu ändern, sondern ich muss jetzt einfach mit mir leben. So, und das funktioniert dann irgendwie auch ganz gut. Aber es hat halt auch bis zum gewissen Grad, also sowas wie Management, also ich habe ja ein befreundetes Management, die so als Flügelleute, so irgendwie so ein bisschen so parallel nebenher fliegen, aber so richtig managen können sie mich und dürfen sie auch nicht, weil es gar keinen Sinn hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hätte, aus einer Agentur, die über meine Termine irgendwie, die das koordinieren würde, die würde ja verrückt werden. Also die würde sich nach drei Wochen mit Burnout abmelden und sagen, das bringt nichts. Der kommuniziert nicht mit mir. Ich weiß nicht, wie der lebt. Ich weiß nicht, was der macht. Ich kann das nur selber machen. Das geht gar nicht anders. Weil es so eng getakt ist alles irgendwie und dadurch dann doch irgendwie so ein bisschen so fast wie Surfen rüberkommen. Das wird doch immer so. Es ist doch bei diesen Sachen. Es sieht leicht aus, ist aber eigentlich harte Arbeit. Ach, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Aber am Ende ist es ja so, du und ich, wir haben ja wirklich das große Glück, dass wir das machen können, bis zu einem gewissen Grad, was uns einfach Freude macht und was uns Spaß macht. Ey, voll. Und deswegen fühlt es sich dann nur bedingt wie Arbeit an. So, ich denke, ja, bitte? Sag du. Nee, ich finde aber das Schöne an dem, was du gerade so beschreibst, ist, dass man ja auch dann das große Glück hat, dass, also, oder auf der einen Seite ist es ein Pech, weil man dann so wenig Zeit voneinander hat, dass man sich jetzt faktisch Monate nicht richtig gesehen hat, aber die Freude dann umso größer ist, dass man dann mit dir hier im Podcast, wenn gleichzeitig auch total absurd, weil öffentlich man sich dann wieder unterhalten kann, aber dass es so viele tolle Menschen gibt, die man wirklich Freundin nennen würde, die in dieser Branche irgendwie links und rechts des Weges gekommen sind und die man aber nicht mehr von seiner Seite hat weichen lassen, weil aus dem einfachen Grund, weil es einem gut tut, wenn man Zeit zusammen verbringt, sondern da gehörst du definitiv für mich total zu. Ja, nur zurückgeben. Vielen Dank, aber das ist sowas Wunderbares, finde ich, was ja auch total nicht selbstverständlich ist. Deswegen bin ich 1000 Prozent bei dir, das große Glück, das zu machen, was man nicht nur irgendwie liebt und an dem man Freude hat, sondern dann auch noch auf so, und wir wissen beide, wie viele Vollspacken es da draußen in diesem Business gibt. Aber trotzdem dieses wunderbare Miteinander-Zeit-Verbringen, auch Wochenenden zusammen verbringen, weil ja auch so, ich sag mal, es besteht ja auch ein Risiko da drin, wenn Micky Beisenherz, Jakob Lund und meine Wenigkeit sich vier Tage in ein Hotel in den österreichischen Bergen einschließen. Ja. Dass da durchaus irgendwie auch komische Stimmung aufkommen könnte, aber an dem, dieses Wochenende war auch so, das hatte so eine totale Leichtigkeit und das finde ich wirklich, das ist meine größte Faszination an dir. Ich habe dich noch nie in all den Jahren, und es sind ein paar, glaube ich, die wir uns jetzt mittlerweile kennen, habe ich dich gefühlt gestresst erlebt. Noch nie. Ja, das stimmt. Also ich kann schon auch gestresst sein. Das kriegt natürlich am ehesten meine Frau mit, die mich da so rumflitzen sieht. Aber so richtig heftig gestresst, tatsächlich eigentlich nicht. Das stimmt. Das hat aber auch was damit zu tun, dass ich in gewissen Momenten auch wirklich dann radikal egoistisch sein kann, was in erster Linie bedeutet, dass ich halt einfach meine Ruhe haben will. Das heißt, ich gehe nicht ans Telefon, ich beantworte keine Mails, ich lasse es immer wieder klingeln, weil ich in dem Moment dann relativ gut unterscheiden kann, was ist jetzt von großer Dringlichkeit, wer muss jetzt wirklich eine Antwort haben, wer hat jetzt auch, sagen wir mal, das Zugriffsrecht und was ist jetzt wichtiger? Also entweder ist es wichtiger, ich muss jetzt eben mal diese Kolumne fertig schreiben, ich kann jetzt nicht schon wieder telefonieren. Aber es kann auch, aber es kann ja halt eben, es stimmt, ja, es kann aber auch bedeuten, dass ich einfach gerade, nachdem ich ein Buch gelesen habe, im Park sitze, in der Sonne und kurz eingenickt bin und denke, ihr könnt mich jetzt alle am Arsch lecken. Aber das ist ja ein ganz, das ist wirklich ein, ein von ganz großer Selbstheilungs, ja, es ist wirklich auch von ganz großer Selbstheilungskraft, dann wäre das nicht so, würde ich wahrscheinlich irgendwann morgens nicht mehr aufstehen und einfach die Rollladen runterlassen, wobei ich habe gar keine, da wohnen, fällt mir gerade auf, und nicht mehr aufstehen, weil dieses Gefühl von, ich will jetzt nicht, ich habe jetzt einfach keine Lust, ich verweigere mich dem, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist wirklich, das ist der wichtigste Selbstschutz überhaupt. Kann man natürlich nicht die ganze Zeit machen, weil irgendwann muss man natürlich auch den Leuten zur Verfügung stehen. So, die verlassen sich ja auf einen, ist ja klar. Hat sich die Arbeit wieder gehäuft, ne, weil dann wieder 20 E-Mails reingeputzelt sind und dann denkst du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Mich, mich, ah, vielleicht muss ich das aber auch, ich habe gestern auch mit einem, mit einem Freund telefoniert, dem es lange nicht gut ging und der jetzt aber Gott sei Dank wieder total so psychisch nicht gut ging und der jetzt aber wieder total oben auf ist und es war mega gut, mit ihm zu reden, dann meinte er, hey Joko, ich habe bei mir total verstanden, ich bin halt nicht nur so, ich, der Typ, den du kennst, sondern wenn ich morgens schlecht drauf bin, kann ich mittlerweile ausfindig machen, welcher Teil von mir das ist. Ja, sehr gut. Und das fand ich total faszinierend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil er meinte, es ist ja nicht so, dass alles scheiße ist in dem Moment, sondern es ist einfach nur so ein Bruchteil, was irgendwo in meinem Geist rumspukt und was halt irgendwie schlecht drauf ist oder was irgendwie meine Gedanken vernebelt und dann muss ich sagen, okay, den Teil, dann ist der halt heute schlecht drauf, aber der Rest ist mega. So und das fand ich voll spannend im Ansatz, weil ich denke mir dann auch immer so, ich habe auch Tage, an denen ich mir denke so, oh Gott, und dann würde ich mir wünschen, dass ich so diese analytische Kraft besitzen würde und fand das total faszinierend, aber bei dir habe ich so das Gefühl, das ist so intrinsisch einfach da, weil du einfach so bist, wie du bist, aber ich würde das gerne, lernen, also ich glaube, wenn du irgendwann mal Coach werden wollen würdest. Ja, das müsste dann ja in die Phase fallen, in der ich beruflich halt wirklich einfach gänzlich erfolglos bin, das ist ja im Grunde genommen ja die Geburtsstunde des Coachseins. Meinst du? Ja, das ist ja doch meistens so, also Coaches sind doch meistens diejenigen, die jetzt also vom normalen Arbeitsleben erstmal befreit sind und dann die Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt Coach, weil man kann erst dann richtig guter Coach sein, wenn man von störenden Jobs und Jobanfragen befreit ist. Dann hat man die Zeit, Coach zu werden, um den Leuten dann zu sagen, wie es richtig geht. Und das ist ja auch schön. Ja, ich kann ganz gut in mich selber hineinhorchen, das stimmt, das hilft, dass man genau, wie du es gerade sagtest, beziehungsweise den Freund zitiertest, der ja auch sehr gut offensichtlich lokalisieren kann, wo kommt jetzt mein Unwohlsein her, wo habe ich den Splitter im Gehirn, wo steckt der, so, oder wo ist die Irritation, naja, das ist so, das kenne ich ja auch, also ich meine, sitzt irgendwie morgens um 10 Uhr irgendwo und denkst, warum fühle ich mich eigentlich gerade schlecht, ist doch eigentlich, dann klopfst du kurz alle Parameter ab und denkst, nee, das ist gut, das ist gut, das ist gut und dann fällt dir ein, dass du vielleicht irgendwie vor einer halben Stunde bei Twitter irgendwas gelesen hast, was entweder auf dich persönlich sogar bezogen war oder etwas Allgemeines. So, es ist ja übrigens tatsächlich so, dass gerade ein Medium wie Twitter ja wirklich die absolute Superkraft hat, das ist einfach das Leben von allen im Kollektiv oder als Individuum einfach zu ruinieren. Und da ist mir das dann auch aufgefallen, wo ich dachte, ach guck mal, deshalb fühlst du dich gerade schlecht, weil du da etwas gelesen hast und das hat dich singulär und temporär so runtergezogen, dass du deshalb jetzt schlechte Laune hast. Nee, das lasse ich nicht zu, das geht nicht. So, und, ja, ja, also da in einem steten Dialog mit sich selbst zu stehen, ist natürlich, es hilft halt extrem. Ich weiß gar nicht, also ob man so etwas lernen kann, ob man so etwas grundsätzlich hat, ob das eine singuläre Begabung ist, ob das jeder hat, schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kannst du deinen Eltern Danke sagen, weil da muss ja irgendwas auch schon so grundlegend bei dir so anders gelaufen sein, als bei mir in Form von Erziehung, dass da irgendwie so eine grundsätzige, also ich glaube, Lässigkeit ist das falsche Wort, aber so eine Ruhe und Gelassenheit. Also ein Urvertrauen, ne? Ja, oder ein Urvertrauen vielleicht sogar auch, ja, existiert, was halt bei vielen anderen oder bei mir zum Beispiel einfach dann vielleicht eher so Urängste triggert, von mir so, oh mein Gott, wie soll ich denn das unter Kontrolle kriegen? Und du einfach so wirst, nö, das ist heute eigentlich ein ganz normaler Tag, das kriegen wir hin, ist nicht gut. Mit wie viel, oder, oder wie wichtig wird dein Selbstbild, war und ist es, dass, um nochmal auf die Sendung zurückzukommen, dass diese Show jetzt so gut läuft? Boah, ich glaube, das habe ich mir selber gar nicht so hoch eingestanden, wie ich es im Nachgang gemerkt habe, wie relievent das war. Das war, ich habe ja lange eigentlich, um ganz, ganz ehrlich zu antworten, lange nach was gesucht, also so nach Halligalli, wenn man so einen Punkt macht und das da irgendwie ja auch, alles vollkommen zurecht und in größter Zufriedenheit von uns und auch im Einvernehmen, so miteinander und mit der Sendung und mit dem Team, alle waren klar damit, dass wir diese Sendung gerne, da gibt es den schönen Satz, so unbeschadet in den Schrank stellen, wollten und das ist uns ja durchaus gelungen, würde ich sagen. Toll, ja, super. War aber Klaas derjenige, der danach sofort wusste, okay, ich würde das Projekt gerne nochmal für mich angehen, solo, nochmal anders gedacht, nochmal mehr mit dem, was ich vielleicht bei Halligalli nicht leben konnte und ich war eher so, ich lasse das mal auf mich zukommen, also so wie ich halt bin, da wird schon irgendwas kommen, um dann so in dem Verlauf festzustellen, dass das in unserer Branche nicht so funktioniert, dass die Ideen, die von außen auf einen einwirken oder einen herangetragen werden und die andere Leute vielleicht zu viel einhaben, dass die gerade, wenn man so personenzentriert funktioniert wie ich, also dass ich eigentlich gar nicht gut bin in Dingen, die andere von mir erwarten, sondern nur gut bin in Dingen, von denen ich selber gar nicht weiß, wie gut ich sie kann, aber einfach so gefühlt weiß, das würde ich gerne machen und das ist eher ein Bauchgefühl und daraus halt dann gut bin, dass der Prozess ultra komplex gewesen ist und auch vielen Leuten, hier Schmidi vorneweg, dem schönsten Mann Berlins, die grauen Haare, also ich glaube, ein Grund, warum er sich jetzt endlich dann die Kappe abgezogen hat, ist auch, weil wir zwei Jahre an dieser Sendung rumgepeilt haben und das wirklich graue Haare gekostet hat, diese ganze Zeit da mit mir und ich da aber auch ultra dankbar für bin, dass der diesen Weg mitgegangen ist, weil wir hatten auch Projekte, die haben wir, also fertige Shows eigentlich, man hätte nur noch auf Start drücken müssen, haben wir in die Mülltonne geschmissen. Warum habt ihr die dann in die Mülltonne geschmissen? Ja, weil es nicht ging. Aber was ging nicht? Also war das Konzept gut, aber du dafür nicht gut oder was war dann der Hemmschuh? Ja, ganz offen und ehrlich beantwortet, habe ich noch nie, mache ich jetzt einfach, ich wollte unbedingt in München arbeiten. Ah ja, okay, verstehe ich aber. Ja, total so und das ist meine Heimat, mein Zufluchtsort, so Berlin hat mich aufgefressen jahrelang und mir ist es da wirklich nicht gut gegangen und München ist so der Ort geworden, an dem ich mich total wohlfühle, wo ich so auch, würde ich sagen, viel mehr zu mir gefunden habe, was jetzt wiederum nicht heißt, dass ich am Wochenende mit dem Ferrari nach Kitzbühel fahre, aber also so. Du fährst mit dem ersten Martin nach Kitzbühel. Ich fahre mit dem ersten Martin nach Kitzbühel und hole vorher noch die doppelte Flasche Magnum beim Käfer. Aber dass die Stadt jetzt nicht irgendwie mehr Mainz ist so, sondern dieses Ländliche, dieses in die Berge fahren, das Grüne, das ist viel mehr Mainz und dieses Dörfliche, was diese Großstadt hier hat. Du bist ja auch ein Freund dieser Stadt geworden. Ja, sehr, sehr. Dass die Stadt mir wahnsinnig gut getan hat und da war dann irgendwann von meiner Seite aus der Wunsch so groß, dass wenn ich nochmal eine Show mache, die eine gewisse Schlagzahl hat, dass ich die dann vor allen Dingen in der Stadt machen möchte, wo es mir gut geht, weil ich nicht dafür wieder beruflich, ich habe kein Problem, beruflich zu reisen und in der Woche in Berlin zu sein oder so, aber die Vorstellung, dass man, keine Ahnung, 30 Folgen von irgendwas macht, was dann wiederum ja, sag ich mal, äquivalent zu 30 Wochen Arbeiten ist. Ja. Und dann bin ich von 52 Wochen im Jahr 30 Wochen in Berlin für eine Show, dann bin ich nochmal sechs Wochen für irgendwas anderes in Berlin, dann sind wir bei 36 Wochen, bleiben 16 Wochen für den Rest des Lebens, den ich dann hier verbringe, dann hätte ich ihn nach München ziehen müssen. Und da sind wir uns dann nicht zusammengekommen, weil da wiederum dann die Einzigartigkeit der Show, die wir entwickelt hatten und die Qualität des, sag ich mal, der Menschen, mit denen ich diese Show hätte zusammen machen wollen, hauptsächlich in Berlin ansässig ist. Und es dann einfach so war, dass wir kein Übereinkommen gefunden haben, wie wir das gut abgedeckt bekommen, weil ich natürlich nicht verlangen kann, dass 30 Leute meinetwegen ihren Lebensmittelpunkt in eine andere Stadt verlegen, weil ich mir zu fein bin, in die andere, also eine Person reist in eine Stadt versus 30 Personen reisen in die andere Stadt. Und dann haben wir es nicht zusammengekriegt und dann haben wir das über Bord geworfen und dann ging alles von vorne los und das war auch keine leichte Zeit. Das war wirklich dann so, echt struggeln mit so, ist es das? War das der größte Fehler meines Lebens, nach München zu ziehen? Und war das richtig, weil man irgendwie so gefühlt allen den Rücken zugewandt hat, ohne dass man das irgendwie auf einer persönlichen Ebene so gemeint hat? Ist das wirklich so was von, hat das irgendwer mir vielleicht sogar übel genommen? Und ich habe es nicht verspürt, weil bei mir gab es keine Motivation, es irgendwem böse gegenüber zu meinen, dass ich jetzt abhaue oder so, sondern es war ja keine Flucht, sondern ich wollte einfach in einen Ort, an dem ich mich wohlfühle und daraus die Kraft zu schöpfen, um das zu machen, was ich liebe oder das, was ich gerne mache. Und da waren wir dann an einem Punkt, wo ich festgestellt habe, wenn wir die dann in Berlin machen, dann ist es das nicht, dann kann ich das nicht und dann macht das keinen Sinn für mich. Was ist der Teil dessen, wenn du sagst, Berlin hat mich aufgefressen? Ist es der Job? Ist es, weil so viele Individualisten in dieser Stadt sind, die alle irgendwie mit einem starken Geltungsdrang ausgestattet sind? Sind es so viele Blender? Oder was ist es? Nee, also in Berlin hat mich, also ich war noch, ich glaube, es hat sogar mit MTV angefangen. Weil MTV hat mich, ich habe damals in Hamburg ja auch gewohnt, in einer Schlangreihe und habe dann eigentlich meine WG verlassen müssen für MTV. Und die haben mir damals mich vor die Wahl gestellt, wenn du den Job willst, musst du aber nach Berlin ziehen. Damals war ich nicht an dem Punkt, dass ich überhaupt an irgendeiner Situation gedacht hätte, dass man das verhandeln kann im Sinne von, warte mal ganz kurz, ich bin irgendwie zwei Wochen im Monat hier, dafür ziehe ich ja jetzt nicht vier Wochen hier hin, ich kann gerne mir irgendwie eine kleine Wohnung nehmen und dann bin ich in der Zeit da, aber die restliche Zeit bin ich dann wieder in Hamburg. Sondern bei mir war es dann einfach, okay, dann packe ich meine Koffer und komme hier hin, weil ich wollte das ja so gerne. Ja, war ja auch eine andere Zeit. Und das war schon so, bitte? War ja auch eine andere Zeit, auch ein anderes Alter. War ja, wir reden ja hier von vor 20, 30 Jahren. Aber es war eine wilde Zeit in Berlin, muss man fairerweise sagen. Also da war, das ist ja so absurd, dass man in so einem Alter ist, dass man sagen kann, ich kenne Berlin ja noch ganz anders. Aber damit war das glaube ich schon so gesetzt, dass ich Berlin einfach nicht mag, weil Berlin mich aus meiner WG gerissen hat. Weißt du, das war so, Hamburg habe ich geliebt. Ich habe die Menschen geliebt, ich habe die Stadt geliebt, ich habe wirklich so eine gute Zeit in dieser Stadt gehabt. Ist ja auch ein bisschen kuscheliger, ist insofern ja ein bisschen so quasi, dass München des Nordens als es auch eher einen dörflichen Charakter hat. Ja, total, total. Und ich glaube, Berlin ist mir einfach dann zu groß gewesen. Dann hat man mich da so reingezwungen, nach Berlin ziehen zu müssen. Und dann war das sicherlich der Anfang von ganz viel in meinem Leben, was Wahnsinn geworden ist. Aber am Ende ist ja, alles kann ja noch so toll sein, wenn es dir persönlich nicht gut geht, ist es halt scheißwert. Bist du empfänglich für so substanzlose Labersäcke, wie sie in Berlin halt einfach zuhauf sind? Ja, ich glaube, das meine ich aber mit Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube nicht mehr so sehr. Ich glaube, früher habe ich mich da nicht so, habe ich mich da selber eher hinten angestellt und habe gedacht, naja, komm, let him talk. Und dann hast du da aber auch irgendwie dann daraus so verbindliche Verabredungen wiederum getroffen. Ja, dann müssen wir mal das und das machen. Ja, klar, können wir machen. Joko, wie sieht es aus? Ja, klar, ich komme rum. Und innerlich war ich schon so, oh nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und irgendwie hat diese ganze Stadt sich für mich falsch angefühlt. Und ich habe da auch nie, 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 nie irgendwie einen Zugang zugefunden. Bis heute nicht. Also ich liebe es jetzt da zu sein, wenn es irgendwie so zwei, drei Tage sind. Oder wir waren jetzt gerade da 14 Tage im Studio. Okay, aber ich kann dir nicht sagen, mit jedem Kilometer, den ich diese Stadt hinter mir lasse, geht es mir besser. Joko, ich bin es nochmal. Es geht um O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Zum sehr guten Preis. So ist es. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, weil tatsächlich ist es, also 99 Prozent aller Leute in Deutschland sind jetzt fähig, ein O2-Netz zu konsumieren. Und deswegen gibt es... Sehr schön formuliert, viel gut, ja. Ja, deswegen gibt es tatsächlich von... Also es gibt das Testsiegel, sehr gut für das Netz von Connect. Die haben das bewertet. Und es ist tatsächlich so, dass wir... Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich benutze sehr viel Datenvolumen für Streamen, für Posten, für Surfen, für Downloaden, für Gamen. Und deswegen ist vor allem auch eben das Datennetz super wichtig. Und der größte Netzausbau, der Unternehmensgeschichte bei O2 hat eben im letzten Jahr dazu geführt, dass 11.000 zusätzliche 4G-Sender installiert worden sind. Deswegen ist es eine bessere Netzabdeckung, sondern eben auch noch dazu viel höhere Surfgeschwindigkeiten für O2-Kunden. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil, und ich sage es, wie es ist, in den letzten vier Jahren hat sich die durchschnittliche Surfgeschwindigkeit um mehr als das Dreifache verbessert im O2-Netz. Und in dem Jahr, also dieses Jahr, geht es genauso weiter. Deutlich mehr als eine Milliarde Euro fließen in den Outbound und die Qualität des O2-Netzes. Eine, bist du dir sicher, dass du das richtig aufgeschrieben hast? Eine Milliarde. Eine Milliarde. Weil ich habe es nämlich nachgeschaut, nur mal so, wenn jetzt O2 einen Fußballverein gründen würde, dann könnten die alle Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft einfach kaufen. Die kosten ungefähr 950. Die geben mehr Geld für den Netzausbau aus, als die Nationalmannschaft. Und dann wären doch 50 Millionen übrig. Was machen wir denn mit den restlichen 50 Millionen? Das klären wir ein andermal. Genau. Machen sie aber nicht, deswegen, weil den O2-Leuten, dem Herrn O und dem Herrn Tu, denen sind seine Kunden eben sehr, sehr, sehr wichtig. Und also jetzt kurz im Ernst, ist es tatsächlich so, dass die Testergebnisse, die sprechen eine Sprache, die geben denen einfach recht. Es ist ein rasanter Netzausbau und die O2-Netzqualität wird täglich besser, deutschlandweit. Und kostenlos kann man das nochmal, wenn man nachschauen will, auf o2.de slash Netz nachschauen. Da ist die Sache und ich packe es auch nochmal in die Shownotes. es wird immer besser. Ich sag's, wie es ist. Es ist wie wir. O2 ist wie wir. Wir werden immer besser. O2 wird immer besser. Deswegen passen wir so gut zusammen. Wie sehr lässt du dich positiv und negativ korrumpieren durch die Beurteilung von außen? Viel zu sehr. Immer noch? Ja, also weniger. Aber ich bin schon jemand, dem ist die Meinung anderer wichtig. Und ich hab keine Ahnung, wo das tiefenpsychologisch herkommt. Müsste ich vielleicht mal angehen. Aber ich bin schon jemand, der, ich kann eine ganz felsenfeste Meinung haben und dann bin ich da auch schwer von wegzubekommen. Aber wenn ich noch selber so in so einem Moment bin von, finde ich das gut, finde ich das nicht gut und ich sag so, also ich lass mir gerne, andersrum geantwortet, ich lass mir gerne Argumente von anderen so als, ja, das klingt plausibel, das nehm ich. Was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, kann ja auch gut sein. Nee, das muss unbedingt schlecht sein. Aber, aber, ja, total, aber selber sich gar nicht so die Mühe machen, so die Auseinandersetzung von sich selber zu suchen oder sich selber mit der Sache zu suchen, sondern eher so dieses, wenn da jemand ist, der dann sagt, ich glaub, das ist besser für dich, dann kann mich das auch ganz schön aus der Bahn werfen, als dass ich dann anfange zu bedenken, ob ich da vielleicht irgendwo einen Fehler in meiner Matrix habe und mir denke so, wo ist der? Warum hab ich das nicht erkannt? Ist das wirklich so? Und dann diese Gabelung vor einem zu haben, okay, gehe ich jetzt den Weg, der meiner ist oder gehe ich den anderen Weg, wo ich eigentlich relativ viel von dem, was ich für richtig halte, mit über den Haufen werfen würde? Okay. Und ich glaube so, ich hab, selten gibt's ja da einen Mittelweg, also du wirst ja bei der einen oder anderen Person, mit der man zu tun hat, ist es dann, oder die Entscheidung ist es dann immer eher so, du kannst eigentlich nur, wenn du grob in die eine Richtung einschlägst, den auch konsequent verfolgen. Du kannst nicht wieder zurück auf die andere Seite. Und da bin ich jemand, der schon sehr empfänglich dafür ist, dass, wenn ich nicht so 100% gefestigt bin in dem, was ich wirklich will, dass ich mich durchaus wieder auf die andere Seite ziehen lasse, von der ich mal gekommen bin und sich für falsch empfunden habe und dann eher so sage, und dann eher sogar aus Faulheit, würde ich sogar sagen, weil ich mir denke, ach komm, das ist jetzt so, dann mach ich das jetzt so, wie die das wollen und beim nächsten Mal mach ich es halt anders und das nächste Mal ist halt wieder, dann mach ich das so halt, wie die das wollen, dann mach ich das halt anders. Das habe ich leider Gottes immer noch in mir. Also nicht mehr, glaube ich, auch mit dem Alter zu tun, als 42-Jähriger schätzt du dann auch fest so, irgendwann solltest du mal anfangen, deine Sachen zu machen. Du solltest nicht immer gucken, dass du andere glücklich machst, sondern vor allen Dingen musst du dich glücklich machen. Ja. Und das ist auch viel, viel besser geworden, aber immer noch existent, dass ich da, ich würde es aber gar nicht so negativ konnotieren. Ich glaube, das ist was, das habe ich von Paul ganz krass gelernt. Dieses, warum immer Dinge schlecht sehen, warum nicht das Positive sehen. Und ich würde es eher so als positiv verkaufen. Ich begebe mich aber auf einen Weg, den ich eigentlich nicht gehen wollte und werde damit Erfahrungen machen, die mir, wenn ich meinen Weg gegangen wäre, nie gemacht hätte. Ja, man kann es ja auch positiv, also nennen wir es doch auch Neugierde. Ja, das mag ich das Wort. Ja, Neugierde ist ja, ich glaube, bei allen Menschen, die irgendwie in höherem Alter trotzdem jung geblieben sind, ist das, was sie alle eint, ist Neugierde. Dieses, also manche sind ja schon mit 40 so, dass sie im Grunde haben alles abhaken und sagen, kenne ich schon, hatte ich schon, brauche ich nicht, sodass sich nichts ändert. Und die älteren Semester, im Zweifel auch mit 80 oder so, die halten sich dadurch jung, dass sie neugierig sind. Zum Beispiel der auch mittlerweile fast 80-jährige Kai Pflaume, der ja sehr viel mit jüngeren Menschen sich... Das ist ja nicht. Nein. Ja, aber das ist, aber das ist ja zum Beispiel auch etwas, man, also es gibt ja viele Menschen, die sich gerne über Kai Pflaume mokieren und so, aber was ich an dem wirklich gut finde, wirklich gut finde, ist, dass er sich sehr für die Dinge interessiert, die Menschen mit Anfang, Mitte 20 machen. Das mag bei Instagram manchmal zum, vorsichtig formuliert, zum Schmunzeln anregen, aber das ist ja erst einmal eine sehr, sehr gute Eigenschaft, finde ich. Ach, ich habe auch letztens erst noch eine, er ist ja auch ein großer Fan von, ich weiß nicht, kennst du Julius Brandner, diesen Bäcker hier in München, wo man wirklich Schlange stehen muss, um ein Brot zu bekommen, weil die dem die Bude einrennen, der so ganz traditionelle Rezepte bedient, der aus so einer Bäckersfamilie, glaube ich, aus dem Schwäbischen kommt und jetzt in München nur einen Laden aufmacht, wo ich dann sofort gesagt habe, warte mal, will der vielleicht noch einen zweiten Laden aufmachen? Ich hätte da eine Geschäftsidee. Ich wollte gerade sagen, kannst du doch noch einsteigen. Ja, kann ich noch einsteigen. Dann meinte er so, mit Kai länger drüber unterhalten, wie der sich dann, und das klingt jetzt total banal, aber so einem Thema wie diesem Bäcker, der irgendwie so auf ganz traditionelle Art und Weise dieses Brot macht, nähert und eine Ultra-Faszination dabei rüberbringt, wenn dir dir, also ich habe diesen Bäcker schon zehnmal gehört in dieser Stadt und war leider noch nie da und er erzählt dir das aber und du denkst dir danach, scheiße, das finde ich total faszinierend, was der Matt da gerade alles erzählt und das ist genau das, was du, glaube ich, auch meinst. Ich finde, der macht das und das merkst du dem an, der macht das nicht, weil er sich so, und das kann man ihm ja schnell vorwerfen, so ranschmeißerisch jung werden will, sondern der macht das wirklich aus dem reinen Interesse heraus, sich an einem Thema anzunehmen, auch Sneaker-mäßig. Till, ein guter Freund von mir, der irgendwie so der Head of Global Energy, bester Name, den ich jemals gehört habe in einem Titel, bei Adidas ist, der die ganzen crazy Corporations macht, die die da so machen, von meistens Sneaker, aber weiß ich nicht was, der ist halt mit Till und Kai, die sind beste Freunde. Ja. Die sind so eng geworden, weil Till, der wirklich so ein Guru in der Sneaker-Szene ist, sagt so, ey Mann, der Typ hat Ahnung von Sneakern, Joko, du hast keine Ahnung. Und das ist ja, ich meine, das kannst du dir, das ist sowas, was du eben meintest mit Leidenschaft, das kannst du dir ja nicht widerwillig drauf schaffen, einfach nur, um dazugehören zu wollen. Paul hat letztes auch im Podcast so eine schöne Geschichte erzählt mit einem Typen, der eben die ganze Zeit irgendwie Fettshaming-mäßig das ganze Wochenende genervt hat und Paul meinte wirklich so, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich dem getan habe und der war wirklich einfach richtig assi zu mir die ganze Zeit und am Ende des Wochenendes hat er dann, weil auch alle so in der Gruppe, mit denen sie unterwegs waren, das auch irgendwie uncool fanden, dass er ihn da immer so genervt hat und gesagt hat so, wollen wir noch ein bisschen Butter für dich bestellen, Paul? Wirklich? So was? So was machen Leute noch? Finde ich immer erstaunlich. Amerika, Land der unbegrenzten Möglichkeiten und dann hat Paul aber einen mega Spruch zum Ende des Wochenendes gedrückt und meinte so, ey pass mal auf, ich weiß nicht mehr, ich glaube Phil hieß er, ey pass mal auf Phil, wenn ich will, kann ich jederzeit dünn werden, aber du wirst niemals cool. Ja. Und das fand ich saugut. Das wird Phil in seinem tiefen Inneren wahrscheinlich schon längst gewusst und gespürt haben, deswegen ist er ja so ein Arsch. Und deswegen ist er ja so und das finde ich ist der große Unterschied zu Kai Pflaume, weil der hat, das ist nichts Böses, was er da in sich trägt, sondern das ist wirklich die größte Faszination für diese Welten, die er sich jetzt da gesucht hat und ich habe da eine helle Freude dran, ihm dabei zuzugucken, wie er mir diese Welten präsentiert, von denen ich teilweise sagen würde, habe ich Ahnung von und dann kommt aber Kai Pflaume des Weges und sagt mir, dass ich keine Ahnung davon habe, weil er einfach Dinge weiß, die keiner hat so und das ist aber deswegen der Vergleich zu Paul und dem Typen, das ist nicht sowas, der macht das nicht, um sich an irgendwem abzuarbeiten, sondern andere Leute arbeiten sich irgendwie eher an Kai ab, habe ich das Gefühl, weil sie sich damit klarkommen, dass er irgendwie für sich was gefunden hat, was sie selber für sich nicht finden. Genau, es ist ja am Ende, es ist ja erst einmal Begeisterungsfähigkeit und auf eine gewisse Art und Weise ein Grenzübertritt, weil in der Regel Menschen seines oder von mir aus auch unseres Alters mit dieser Welt gar nicht mehr in Berührung kommen. Und das ist natürlich eine derartige Irritation, die automatisch ja immer mündet in, wir machen uns jetzt erstmal komplett lustig darüber, dann werden Leute heutzutage natürlich dann immer gleich zu Memes, das ist ja so eine ganz moderne Variante des Scharlach-Roten-Buchstabens und so wird es dann gemacht, anstatt doch einfach zu sagen, Leute, lass mich, das ist doch gut, also der interessiert sich doch wenigstens für was anderes. Du hast doch alle, die ja mittlerweile so in ihren kleinen Gefängnissen hocken mit ihren Weltanschauungen und da auch bloß nicht irgendwie mal raustreten, also das merkst du ja bei allem, das merkst du ja auch an den Diskussionen, wie sie sind, ganz häufig hat es ja, also diese Fragilität ist ja extrem, das erkennst du ja auch daran, dass Leute sich kaum in der Lage sehen, sich eine andere Meinung mal anzuhören, ohne das sofort als Angriff zu werten. Das hat ja damit zu tun, dass offenbar die Zerbrechlichkeit so groß ist, dass man das Gefühl hat, wenn man eine andere Meinung oder eine andere Position hört, dass sofort das eigene Konstrukt, das ganze Wertegerüst so ins Wanken gerät, wo ich mal denke, also das sehe ich doch, da habe ich doch überhaupt gar kein Problem mit. Ich kann mir doch auch einen gewissen, also ich kann mir ja auch andere Dinge anhören, die ich für Blödsinn halte und trotzdem nicht sofort sauer sein oder das abkanzeln oder so. Also das finde ich, das ist ja, da ist ja derzeit ja sowieso einiges in Schieflage geraten, aber das ist jetzt vielleicht auch zu viel Politik und Gesellschaft. Du wolltest um 17 Uhr los, die Zeit haben wir nicht mehr. Aber was anderes, was ist deine geheime Superkraft? Was ist deine Superkraft, worum andere dich auch völlig zu Recht beneiden? Also aus dem Bauch hätte ich jetzt ganz schnell geantwortet, Begeisterungsfähigkeit. Keine Ahnung, ob das andere, ob das ansteckend ist, weiß ich nicht, aber ich, wenn ich für was brenne und Bock auf was habe, glaube ich, kann ich alle mit der gleichen Energie anstecken und sagen, nee, das ist es jetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Fatale, weil das alle wissen und wenn das nicht passiert, alle wissen, müssen wir keine Sekunde mehr darauf arbeiten, der Winterscheid brennt nicht, dafür, das machen wir einfach nicht. Nö, das ist aber ja auch klar, dann irgendwie, da kann man sich ja auch daran orientieren. Total, total, aber das ist zumindest was, was ich an mir mag und was mir auch immer mehr quasi von anderen dann irgendwie so angedichtet wurde, dass sie dann sagen, ey, habe ich am Ende wirklich nur mitgemacht, weil du da so on fire gewesen bist und ey, was für eine gute Entscheidung, dass wir das wirklich gemacht haben und da denke ich mir dann immer so, verrückt, man macht das dann ja nicht, weil man irgendwen da reinreißen will, sondern ich fühle das dann so sehr und liebe das so sehr, was ich dann da irgendwie gerade teilen möchte, dass ich einfach nur will, dass das größtmöglichen Zugang, also ich möchte Dinge nicht für mich beanspruchen, sagen wir mal so, ich mag es viel lieber, mit Menschen unterwegs zu sein und dann irgendwie eine gute Zeit zu haben, als alleine irgendwo zu sein. Ich kann sehr gut alleine sein, aber dieses Zeit verbringen mit Menschen, die ich wertschätze und mag und dann aus diesen Momenten heraus Momente nochmal zu kreieren, die dann vielleicht damit zusammenhängen, dass man sagt, ey, wisst ihr was, scheiß drauf, das machen wir einfach, das lieb ich und auch einfach so zu vergessen, morgen ist um 6 Uhr Calltime, ja, es ist 4 Uhr, wir sitzen immer noch in einer Hotelbar, aber scheiß drauf, eine Stunde Schlaf reicht auch und dann alle zu begeistern sagen, ja, du hast vollkommen recht, weil am Ende sind das, das weißt du auch, die wildesten Geschichten sind die, wo man eigentlich die dümmsten Entscheidungen gefällt hat. Ja, absolut, ja, das stimmt, das stimmt und wie bei allen Sachen im Leben, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie daran stirbt oder was weiß ich, nachhaltig geschädigt ist, dann taugt es immer für eine gute Anekdote und dann ist es das ja auch wieder wert, ne? Ja, total, total. Was ist eigentlich die größte Scheiße, die du je gemacht hast, wo du sagst, so, das ist... Ich lieb's, das ist so, normalerweise sind es nur drei Fragen, die der Gast frei hat, aber ich lasse es zu, Micky Beis. Ach so, das wusste ich gar nicht, dass es nur drei waren, siehst du das, ja, du, komm. Ja, der Rest ist ja immer so flying blind. Die größte Scheiße, die ich je gemacht habe, du meinst so, Stichwort Strafverfolgung, oder? Alles irgendwie, wo du sagst, das hätte ich mir wirklich sparen können. Boah, ich hab mal bei Sat.1 in so einer Tanzsendung in der Jury gesessen. Die scheiße hätte ich... Aber das ist eine sehr gute Geschichte, die erzähle ich jetzt. Wolfgang, Wolfgang Link, du kennst ihn, ich liebe ihn, Wolfgang ist einer der Großartigen, Wolfgang ist ja für alle, die ihn nicht kennen, Wolfgang ist der Chef von ProSieben. Er ist wirklich das beste Beispiel dafür, dass es in Deutschland jeder schaffen kann. Aber Wolfgang ist einfach, ich liebe... Damit ist die Tür auch schon mal zu. So, ja, ich hole dich da wieder rein, das kriege ich hin. Der ist wirklich, ich liebe Wolfgang, weil er ist einfach ein unfassbarer Typ. Wir kennen uns schon ewig, 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 ewig. Die erste Anfrage, die Wolfgang mir gestellt hat, war, willst du bei DSDS in der Jury sitzen? Zu MTV-Zeiten, da war er noch, was ist das, wer produziert das, Grundy Ufer oder so, ich hab keine Ahnung. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Und da hat er damals gefragt, ob ich da Bock drauf hätte und dachte ich so, oh ey, also da muss ich sagen, da hatte ich schon sehr früh gute Antennen, auf keinen Fall. Das macht keinen Sinn, also weder vor der Kamera, als der eine, der glaubt, der Superstar werden zu können oder die Superstar werden zu können. Passiert was? Noch macht das Sinn, das als Sprungbrett zu verstehen, wenn du dich da in die Jury setzt, um dann nur, Schnitt, zwölf Monate später bei einer Tanzshow auf Sat.1 zu sitzen. Und das ist wirklich, ey, die hat Kai Pflaume moderiert, sogar die Sendung. Da haben sich das erste Mal unsere Wege gekreuzt. Da bin ich immer nach MTV Home, bin ich abgeholt worden und hab mich wie ein Rockstar gefühlt und bin dann da nach Adlershof raus, hab mich da mit Wiegald Boning und, ach Gott, wie, 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 wie heißt sie, die aus Berlin, die alle immer nur. Ach, Desiree Nick? Desiree Nick, dankeschön. Mit Desiree Nick, die da damals schon in der letzten Folge, das werde ich nie vergessen, da hatte sie etwas zu viel Champagner getrunken und hat, das ist aber nachher rausgeschnitten worden, eine vierminütige Hastirade auf den Wendler gehalten in der Beurteilung seines Tanzens und das war wirklich so, Wiegald Boning und ich, wir haben uns so zurückgelehnt und sie saß in der Mitte, haben uns so angeguckt und hat so geil mit den Achseln gezuckt, und habe ich so, Alter, ich habe auch keine Ahnung, was hier los ist und die hat einfach nicht aufgehört, aber ich glaube, das hätte ich mir sparen können und Wolfgang hat mich damals, Aber es war ja bei Sat.1, deswegen kannst du ja immer davon ausgehen, dass es niemand gesehen hat, das ist ja insofern auch. Das ist richtig, das ist 100% richtig, es hat aber auch, glaube ich, tatsächlich niemand gesehen damals, aber ich werde nie vergessen, wie Wolfgang mich erledigt hat, weil Wolfgang hat mich immer wieder gefragt, Joko, bitte, möchtest du da nicht hinkommen? Ich fände das so toll, mach das doch bitte. Nein, ich habe kein Interesse. Bitte, bitte, ich hätte dich, der Gärtner war, ich so, nein, keine Chance und dann wusste Wolfgang, dass ich an einem Wochenende auf Mallorca auf einer Hochzeit eingeladen bin und er hat dann sonntags morgens um neun, halb zehn, zehn, ich habe keine Ahnung, wo ich um acht Uhr das Bett gesehen habe, ich war nicht mehr ganz nüchtern, hat er angerufen und wenn du dann in so einem Kopf von, oh Gott, habe ich vergessen, dass wir telefonieren wollten und du siehst nur Wolfgang Link in deinem Telefon, ich habe bis heute noch Wolfgang Link Sat.1 abgespeichert, und dann hat das Telefon geklingelt und ich bin rangegangen und er meinte so, Joko, so freudig wie er ist, ich bin's, na, wie geht's? Wohlwissend, dass ich auf dieser Hochzeit bin und wahrscheinlich den Kater meines Lebens habe, den ich ja regelmäßig habe, wenn ich dann einen guten Abend hatte, ich meinte, Joko, ich wollte dich nur noch mal ganz kurz wegen dieser Sendung anhauen, also ich muss da jetzt einfach von dir wissen, ja oder nein und hat dann so lange geredet und ich schwöre dir, Micky, ich hatte solche Kopfschmerzen und Micky war so schlecht, ich wusste, wenn ich jetzt nein sage, diskutieren wir ewig und ich habe einfach nur zugesagt, weil ich den härtesten Kater meines Lebens hatte und deswegen saß ich am Ende in dieser Sendung und habe die mit Bravour durchgezogen, wo sich noch eine Wahnsinnsgeschichte daraus ergeben hat, weil ich nämlich da in der Woche, in irgendeiner Woche hat Kai Pflaume hat immer irgendwie dann so gesagt vor der Sendung, ey und wer will, kommt auf die Bühne, macht mit, sagt irgendwie hier Danke oder tanzt oder weiß ich nicht was, das ist so unsere Gemeinsame. Hier kommt einfach, achso, hier kommt, nee, nee, also so zu uns als Panel, so macht da mit, involviert euch, ich will nicht immer nur Frage, Antwort, so das ist so wie du wahrscheinlich in jeder Talksendung auch sagst, ey und eine offene Diskussion ist genau das, was wir erzeugen wollen, bitte alle mitreden und am Ende passiert das nie. Das habe ich vor der letzten Instanz habe ich das gesagt, da habe ich gesagt, ey Leute, bringt euch alle mehr ein, Jürgen sagt doch mal, lass los, keine Schranken, so war das, ja. So war das, okay, guck und bei uns war das damals genauso, das hat der Kai auch von allen eingefordert, aber es kam nie und dann war das wirklich irgendwie Arthur Abraham, ich kann dir wirklich die Geschichte im kleinsten Detail erzählen, aber ich fasse mich kurz, weil du musst gleich los, Arthur Abraham hat eine Performance hingelegt, die wirklich, oh ich weiß nicht mehr welcher Song es war, aber ungewöhnlich war, auch eine typische Winterschackgeschichte, ich kann sie dir bis ins kleinste Detail erzählen, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Song hieß. Und dann hat er eine Performance angelegt, die fand ich echt gut und dann bin ich auf die Bühne gekommen, bin einfach nach vorne gelaufen nach der Performance, habe mit ihm High Five gemacht und bin da stehen geblieben und dann glaubte ich, so einen Blick von Kai gesehen zu haben, der mir sagte, was machst du auf meiner Bühne? Du bist ja in meinem Tanzbereich, das da unten ist dein Tanzbereich, ich bin der große Moderator, du bist der Typ von MTV. So und das war aber unausgesprochen nach der Sendung, danach haben wir uns nicht gesehen und dann war die nächste Woche und Kai hat am Anfang immer alle nochmal persönlich vorgestellt und in der nächsten Woche hat er mich nicht vorgestellt und ich habe da gesessen und dachte mir so, Alter, das ist die Retourkutsche für den Moment auf der Bühne, letzte Woche. Bin nach Hause gekommen, meine damalige Freundin war da und dann meinte sie, ja, ich weiß, meine Mutter hat mich angerufen und hat gesagt, warum hat er den denn heute nicht vorgestellt? Und ich dachte mir, fuck you, du hast nicht, also bis dahin war ich mir noch unsicher, ob das vielleicht überhaupt passiert ist und dann war ich auf 180, habe wirklich, ich habe meinen damaligen Manager, du kennst ihn vielleicht noch flüchtig, angerufen, habe ich gesagt, ich weiß, du hast die Nummer von Kai Pflaume, ich will die Nummer von Kai Pflaume. Was ist passiert? Ich habe ihm das erklärt, nee, stimmt gar nicht, ich habe ihn nicht erreicht, ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen, sowas. Ich habe ihm auf die Mailbox gesprochen, und dann meinte ich so, Dietmar-mäßig? Nee, nee, ich habe meinem damaligen Manager auf die Mailbox gesprochen, habe ich gesagt, ich will die Nummer von Kai Pflaume, du rufst mich jetzt zurück, ich muss mit dem sprechen, dann habe ich damals Stefanie P***, ich nenne es einfach alle Namen, Stefanie P*** angerufen, die damalige zuständige Redakteurin, habe gesagt, Stefanie, der hat mich heute nicht vorgestellt, ich will das geklärt werden, und dann meinte sie, Joko, ich war im Ü-Wagen, ich habe das unter der Regie, ich habe es nicht mitbekommen, ich gucke mir das morgen früh sofort an, weil das waren alles Aufzeichnungen, und das war nicht live, ich gucke mir das morgen früh so an, ich melde mich bei dir, ich sage, nee, das reicht mir nicht, dann habe ich nicht locker gelassen, bis ich Wolfgang Link noch auf die Mailbox gelabert habe, auch nicht mit netten Worten, und ich weiß nicht mehr, über welche Ecke, irgendwoher habe ich Kai Pflaumes Nummer bekommen, und auch Kai Pflaume habe ich angerufen, der aber auch nicht mehr reingegangen ist, und habe ihn auch richtig gerant, also wirklich, was glaubst du eigentlich, und auf die Tour, nächster Morgen, sehr früh, Abflug nach München, es war nämlich Oktoberfestwochenende, mit meinem besten Freund Felix, du kennst ihn, und ich komme in München an, und war noch so richtig geladen, ihm die Geschichte erzählen, weil er kam irgendwie aus Hamburg, genau, er ist aus Hamburg gekommen, ich bin aus Berlin gekommen, und dann haben wir uns erst hier in München am Flughafen getroffen, und dann habe ich nur gesagt so, ey Felix, du glaubst nicht, was gestern passiert ist, und er so, was ist denn los, du bist ja auf 180, ich so, der Spacken hat mich nicht vorgestellt, und er so, ich habe es gesehen, klar hat er dich vorgestellt, also es war im Applaus, und es war sehr leise, aber ich habe es gehört, nicht so, du verarschst mich, mein Telefon angemacht, psst, 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 ey, ich muss dir nicht erzählen, bei wie vielen Menschen ich mich entschuldigen musste, nach dieser Nummer, und Kai Pflaume, und da muss ich wirklich sagen, in dem Moment habe ich Kai Pflaume lieben gelernt, er war hart am Telefon, er hat gesagt so, ey pass mal auf, das ist so unkollegial, dass du mich so einschätzt, dass ich überhaupt so ticke, enttäuscht mich, bla bla bla, also war wirklich so ein Gespräch, was glaubst du eigentlich, wer ich bin, dass ich mich so verhalten würde, und dann gab es aber ein Megamoment in der Woche drauf, wir sind uns auch wirklich so, du weißt, wie sich das anfühlt, man kriecht zu Kreuze, wir sehen uns im Studio, im Flur, und ich wäre am liebsten wirklich auf der Stelle rumgedreht, und er hätte mich in irgendeiner Tür versteckt, und er hat gesagt so, oh Gott, ich will einfach diese Situation aus dem Weg gehen, wie unangenehm, und er kam zu mir, hat mich angeguckt, hat ganz breit seinen Kai Pflaumegrinsen aufgesetzt, und er hat gesagt so, wir vergessen das einfach, lass uns eine gute Show haben heute, und da war ich wirklich so, boah, bist du groß, unfassbar, danke, 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 Kai Pflaume, nie, nie wieder, werde ich an solches Arschloch sein, wenn ich nicht 100% sicher bin, dass es das wert ist, und du weißt, hast du ihm Sekunden vorher noch was auf den Schnauze gehauen, ne, so, ja, richtig, noch bevor er das sagen konnte, hat er sich schon eine gefangen, ey, das werde ich nicht, ich bin im Erdboden versunken, und das weiß ich sogar noch, dann sind wir abends, auf dieser Oktoberfestnacht, das war auch noch eine wilde Oktoberfestnacht, klingelte irgendwann das Telefon von Felix, und ich hatte meins aus, weil es leer war, und dann hatte ich vorher aber noch eine Umleitung reingemacht, für den Fall, dass irgendwas sein sollte, dass ich erreichbar bin, und dann sagte Felix zu mir, Joko, da ist jemand für dich am Telefon, und es war irgendwie so nachts, wir waren, stand auf meinem Haupt, auf dem Weg vom P1 nach Hause, und wir waren in dieser Einfahrt vom P1, und dann sagte die Stimme am Telefon, geh mal bitte zur Seite, und dann habe ich nur gedacht so, was? Ich bin im Auto hinter dir, und habe mich rumgedreht, gucke ins Auto, kann aber nicht richtig erkennen, wer da drin ist, Michi, ich war lattenstramm und rotzernvoll, und wer war es? Kai Plaume. Und die Fensterscheibe ging runter, und ich habe mich bei ihm ins Auto gelehnt, und habe in wirklich so richtig, so besoffenen Manieren, Kai, es tut mir so leid, das ist so unfassbar schlimm, von mir gewesen, den ganzen Tag, ich will das nie wieder erschönen, oh Gott, Kai, du willst mir glauben, dass mir das so leid tut. Ich meine, war es nicht bei Verzeih mir, ist ja auch schon mal gut. Ja, nur die Liebe zählt, war das in dem Moment, und das hat er dann auch, hat er dann auch ernst genommen, wir haben uns dann wieder vertragen. Gott, die Geschichte höre ich mir nochmal an, ob wir die drin lassen, weiß ich noch nicht. Die lässt du schön drin, das sage ich dir. Ach, Michi, jetzt habe ich hier einen riesen Monolog gehalten, aber das sind so, manchmal triggert das eine, das andere, und dann kommen Geschichten raus, die ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt habe. Wollen wir dann vielleicht einfach die anderen 14 Fragen, die ich noch vorbereitet habe, einfach so beim nächsten Mal machen? Wenn ich dann bei dir wieder bin, bei Apokalypse. Ja, zum Beispiel, wir können ja mal, vielleicht können wir ja auch eine Wochenendbeilage gemeinsam machen, weil die ist ja dann auch immer nochmal so ein Hauch länger, und die ist dann nochmal so ein Schlagsabbeliger, als die Regulierung. Ja, ich bin der größte Sonntagszeitungsfan, das fühlt sich dann immer so ein bisschen an wie die Sonntagszeitung. Ja, super, dann machen wir das doch so, da haben wir einen Rematch dort, okay? Ja, haben wir einen Rematch dort, sehr gut. Und, und, Micky, vielleicht noch eine Sache, ich bin großer Freund von eurer Sportschau nach allen Spielen. Ach, und das sage ich jetzt nicht, das sage ich wirklich, weil ich bin ein Riesenfan von Esther, weil ich finde, die macht einen Wahnsinnsjob. die ist top. Und, und, und das ist ein, ein super Fit mit euch beiden, das hat mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Schön, das freut mich, aber das ist auch wirklich, wir verstehen uns sehr gut, wir mögen uns sehr und bin zuversichtlich, dass sich das nicht ändert. Sack ihr liebe Grüße. Mach ich, richtig aus. Ey, Micky, zieh dich wieder an und dann, mach ich. Sprechen wir uns mal. Ja, genau, bist du, hast du dich vorher noch geduscht? Nein, ich war, ich war, ich bin direkt vor dem Joggen. Du gehst jetzt, du warst laufen und bist geschwitzt in dem Podcast und gehst jetzt erst duschen. Genau so ist es, so ist es, ja, ja. Das muss Liebe sein, danke Micky. I love you, man. I love you, man. Bis denn. Ladies and Gentlemen, an der Stelle noch ganz kurzer Hinweis, diese Folge wurde natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Vielen Dank.